Hallo Nation, Watzke verlässt den BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema. Hans-Joachim Watzke hat Gespräche über seine Zukunft bei Borussia Dortmund Anfang 2024 angekündigt. Auf der Hauptversammlung in der Dortmunder Westfalenhalle teilte Der 64-Jährige mit, dass er sich im Januar mit BVB-Vorstandsvorsitzendem Reinhold Luno treffen werde. Die Verträge von Watzke als Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGA und seinen Kollegen Thomas Tress, Finanzen und Carsten Kramer, Marketing, laufen 2025 aus. Watzke ist seit 2005 Geschäftsführer des BVB und erlebte als solcher die Meisterjahre 2011 und 2012 mit Jürgen Klopp. Seit 2021 ist er zudem Vizepräsident des DFB. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017